es gibt videos im internet die sind echt krank die sind echt krass und dann gibt es da noch videos die halt einfach nur wir reagieren heute auf das unbefriedigendste video der welt ich weiß ja starten wir einfach mal ich freue mich schon stimmung okay also hier noch mal da sind gerade so stein umgefallen und ich muss sagen da hier schaut euch das an dass das wirklich schon die spannung ist schon wirklich krass am boomen okay ja toll super ein wer kennt es nicht ein man denkt einfach so ja ich habe einfach keine video idee was kann ich machen für mich einfach mal zeige ich lade ich einfach ein video hoch wo man tomatensoße ein bild von tomatensoße ja wer kennt es nicht ist eine typische alltagssituation spannung spannung pur meine augen sind schon ganz rot weil ich so müde bin der betrag kostet 36 euro 49 und die abgabe 27 46 liter alles klar das hat mich jetzt auf jeden fall wahnsinnig interessiert was halt auffällt ist nach oben da passt doch die musik grad wird kommt jetzt von rest des videos einfach nur dinge die in zeitlupe runterfallen super kann ich auf jeden fall einfach nur weiterempfehlen das video also wer das video nicht auf facebook teilt der ist nicht komplett irre das muss man einfach teilen ich habe zwar keine facebook aber trotzdem alle die facebooker müssen dieses video unbedingt teilen dass das müsst das muss unbedingt in die deutschen youtube trends kommen ohne scheiß mache ich auch mache ich sogar manchmal tatsächlich einfach wenn ich keinen dienst wenn ich kein blatt parat habe reiß ich auch das halt einfach aus also aber ich würde dann halt schon aufpassen dass es nicht so stativ wackelt schon richtig wow ja wieso sollte man eine frage warum wer zum teufel tut spinat auf seine pizza wenn kornkrafter irgendwann mal eine vierte pizza raus bringt dann ja ist es hoffentlich nicht mit spinat also heute spinatpizza vor ungefähr einer woche habe ich auf ein video von varion reagiert wo wo sich drei jungs darum gestehen haben was eigentlich nur eine war über eine pizza mit ananas der trend der trend der trend geht ja der trend ist trend der trend ist hier schon richtig am laufen sieht man öhm wieso wifft der allein schon dass er das brot auf dem tec ok er im schiff sprich spiegeleid ist gerade brutzelt öhm ein sexunde die musik die hier die ist doch viel zu spannend da muss was anders suchen Das ist, äh, nein. Nein, das ist, äh, gut. Nein, das ist perfekt. Wow. Spannung pur einfach nur. Ich bin auch nicht so gut im Basketball. Ich habe einmal Slamball spielt. Für all die, die nicht wissen, was das ist, Slamball, da ist man beim Trampolin, da muss man das, ähm, springt man dann, da muss man das so beim Springen in den Korb werfen. Habe ich sogar zwei Würfel hintereinander geschafft. Okay, jetzt schon mit 11 Wunderkerzen. Oh, super, ja, super. Äh, äh, also, bester Content, bester Content der Welt. Oh, ja, das war natürlich auch so am Bahnhof. Da wollte ich halt irgendwo hin. Und, ja, dann sagt ihr immer so, alle 10 Minuten, ja, war eine Verspätung. Dann hat es mir irgendwann gereicht, da habe ich die Bahn, die nächste Bahn genommen, die kam, auf den Weg wieder nach Hause. Das hat mich auch echt angekotzt, ey. Okay, jetzt haben wir noch, ich weiß, sorry, warte, was ist das? Ja, super, ja, super, ja. So, kann man auch Geld verlieren, indem man einfach Werbung schaltet. Okay, nein, nein, okay, nein. Also, es ist zwar schon Nachmittag, ich glaube nicht, aber nein, trotzdem, also, das war jetzt das unbefriedigendste Video der Welt. Ja, das war es tatsächlich. Ich bin, es ist, äh, bis zum nächsten Mal, und schon, ich, warte, aber bevor das Video zu Ende geht, schauen wir uns doch mal ein paar Kommentare unter dem Video an. Könnten wir noch zum Abschluss machen. Also, wenn dir ganz genau einen Cent fehlt und du es nicht kaufen kannst, ihr hättet das Video gleich Montag nennen sollen. Der Kommentar bekommt sogar 3052 Likes. Respekt. Wenn du dich aufs Sofa legst und die perfekte Position hast, aber das Handy am Wohnzimmertisch liegen lässt, ja, zwei Zentimeter, ja, Marathon, der Sport ein Marathon. Wenn du ganz schnell ein Formular ausfüllst, Name, Anna, Vorname, ach, scheiße! Okay, ja, äh, ich hasse den Moment, wenn ich an etwas denke und es im nächsten Moment vergesse, dann ist es mich verdrückt machen. Überall noch so ein paar Situationen. Ich glaube, ich verlinke euch auf jeden Fall das Video. Ich hoffe wirklich, das wird nicht, äh, gesperrt. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr wollt. Liked das Video. Das Video hatte jetzt wahrscheinlich genauso viel Spannung wie das.